Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play KSL Ultimate, das ultimative KSL Modpack. Falls ihr noch nicht davon gehört habt, das ist ultimativ. Wie ich mit dem Arsch wackele beim Hauen. Ja und die zwei sind schon wieder in der anderen Welt und wackeln mit dem Arsch. Ich finde es so süß, wie schnell die Beine laufen. Ja. Wir sind Baby-Jobbys, wir dürfen jetzt. Baby-Jobbys, ja. Und ich bin gerade ein Moskito-Schwamm. Leid, jetzt habe ich... Warum habe ich jetzt F9 gedrückt? Scheiße. Nein, ich will nicht F9, ich will F5. So, nein, das auch nochmal vielleicht. So, ich muss mein Haus verglasen. Hi, Gripper. Spini! Oah! Zwei Spinnis. So, ich habe Reakteure, jetzt brauche ich Generateure. Oh, das ist Generateure. Und die Eichhörnchen hier baden in Honig. Oh, ich bleuchte mal Blouses. Du bleuchst Blouses. Das heißt, ich müster in den Etter. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Baby. Wo soll ich denn... Wahnsinn! Jetzt weißt du mal, wie das ist. Huiuiuiuiui. Äh, ja. Dingens, wo soll ich denn das Mossi hin tun zum Kobbel und so weiter? Äh, genau. Okay. Jetzt will ich ein E-System haben. Zack, zack. Dafür bräuchten wir Energie. Und da bin ich ja gerade am Machen. Das ist jetzt dann das Erste, was wir dann machen. Ja. Huch! Meinsch? Haben wir noch eine Chest über? Nö, ne, glaube ich. Wie viel Opsi habe ich gesammelt? Wie viel Opsi habe ich gesammelt? Das ist zu wenig. Ich muss nochmal Opsi sammeln. Was ist das da für eine Kiste? Eine leere Kiste. Da tue ich jetzt einfach mal Zeug rein. Ich brauche mal ein paar Open Blocks Tank mit einem Drain da drüben. Blumen? Frieden? Oh, tschüss. Oh, ist das putzig. Lockschwetterung. Ja. Ui, da war gerade ein Andy vor unserer Tür. Andy? Äh, er ist fertig. Geil. Hast du es endlich geschafft? Moment. Ich höre eine Spinne. So. Ähm. Haha. Oh, oh. Wir brauchen Dingens. Irgendwie Metall. Warte, ich schmeiß das Kopf mal nochmal rein. Iron? Mach doch Iron da rein. Das ist doch Wurscht. Äh, das ist dann. Nee, Wurscht haben wir nicht. Schüssi. Glas. Dann musst du die Spinne, ja, eigentlich. Äh, reicht's da? Wie hast du das denn abgezapft? Auch mit so einem Drain? Oder Fauchret? Und dann den Tank drunter, oder? Ja. Okay. Lama! Achso, ich kann ja hier jetzt, äh, und so. Hier bleibt es ja stehen, die Prozentanzeige, gell? Ja. Der Restkohle verbrennt trotzdem. Ja. Weil die Kohlefiltert halt einmal auf mit Zehen und, ähm, ja, mit Zehen ist eigentlich schon ach egal. Ich glaube aber gerade Schwachsinn. Oh, da sind ja Bücher dran. Ja, ich hab den Tempel gerade ausgeräumt. Wo hast du eigentlich diese Wiese Bienen her, oder was ist das? Äh, aus dem, äh, Honigland. Ich höre Moskitos. Hm. Ach, Moskitos, genau. Jetzt ist der Name nicht eingefallen. Und es regnet. Yay. Gut, werdet ihr dann noch... Ey, mein Obst verbrennt die ganze Zeit. Was soll denn der Schmoren? Wenn ihr dann noch rumtut, werde ich mal die... ...ersten Sachen für Zaunkraft waffeln. Ja, rumtun. Ja, rumtun. Wir tun hier wichtige Dinge. Oh, hier ist das wichtige Dinge. Feder, Exac. Von höchster Wichtigkeit. Ja. Haben wir Federn? Ja. Da haben wir Federn. Haben wir Exac? Da haben wir Exac. Du verbrauchst schon wieder... Es ist furchtbar. Wir haben einen privaten Server aufs Gesetz. Ich hab angefangen eigentlich als Singleplayer. Er kommt her. Braucht erst mal alles auf. Ja, ich brauch halt gern Dinge. Du könntest auch mal wieder Dinge besorgen. Das wär auch voll cool. Ich hab einen Miner gebaut. Was? Wie hieß das Ding? Was? So, der weiß von nichts. Ja, das, was ich Kaden vorhin gezeigt hab. Das war das Spielzeug. Das ist kein Miner. Du hast gesehen, wie das Ding arbeitet. Sind wir schon da? Ist es noch weit? Oh mein Gott, guck mal. Der hat ein Eisen gefunden. Stundenspätig ist doch mal was. Toll. Hey, geil. Es gibt ein Spyglass. Ein Vergrößerungsglas gibt's. Da brauchst du es. Kenn ich noch gar nicht. Und eine 3D-Brille. Ja. Ersthaft. Sieht aus wie eine 3D-Brille. So, wo sind jetzt die Fiolen? Es regnet. Ja. Ich hör hier unten nichts. Und es ist Tag, oder? Ja. Dann könntest du auch nichts dagegen tun. Es regnet trotzdem. Äh, haben wir Schafis? Haben wir Redstone? Achso. Äh, Dings. Könntest du ja so ein... Kann ich eine Moufleur basteln? Eine Moufleur. Moufleur. Eine Moufleur. Eine Moufleur. Eine Moufleur. Da ist die Moufleur. Da ist die Moufleur. Da ist die Moufleur. Da ist die Moufleur. Okay. So, äh, nee. Wir haben Clane. So. Äh, was mache ich mit der Treppe hier? Ich lasse das mal. Ich weiß, ich habe schon das Glas hingetan. Oh, Mann. Äh, wir haben kein Glas mehr. Können wir H machen. Huch. Ich bin echt in Sun-Tier. Das weiß ich mir nicht. Ja, mir auch nicht. Nein, das ist alles, was wir hatten. Jetzt, jetzt wäre Tintenfisch cool. Fintentisch? Ich habe Tintenfisch. Tintenfisch! Tintenfisch, was? Tintenfisch. Also, wer auch immer dieses Loch da gebaut hat, macht es mal zu. Welches Loch? Da, neben der Schmiede. Aber unter Wasser kann man trotzdem langsam abbauen. Tischchen. Wo ist denn mein Tischchen? Ja, aber du ertrinkst nicht. Ja, schon. Was zumindest mal ein bisschen hilft. Ja. Ja, das hilft schon, wenn man nicht ertrinkt. Das ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Echt. Ich weiß nicht. Das ist auch einfach mal aus Weißen. Abbauen kann ich es immer noch. Die Welt regeneriert. Generiert sich so langsam. Ja, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist irgendwie strange. Nein, hier auch. Ich habe überall Löcher. Hm. Wie gehen wir das nochmal? Achso, ich muss raus. Ja, da ist Sand. Moin. Sag bloß, das geht... Achso, ja. Ich kann es vielleicht mal reinholen. Ich kann es auch richtig machen. Könnte helfen. Ab und zu, ja. Wo ist das so rum, oder? Genau. Warte mal. Haben wir noch Stein? Ich glaube, ja. Ich habe da etwas gesehen. Mhm. Okay. Welt, generier dich mal, damit ich hier was sehe. Äh, Kaden hat unsere Hütte schon ein Dach? Äh, oh, nein. Muss ich noch machen. Ich glaube, ich ziehe einfach mal kurz ein Flachdach rein. Ja, aber der untere Teil meine ich ja wohl. Das ist ja der untere Teil. Achso. Scheiße. Ich glaube, ich ziehe mal schnell ein Dach. Ich bin gerade am überlegen, wo ich denn mein Eck mache. Dein Eck? Ja. Das wird noch erweitert. Ich habe da ganz andere Pläne. Also, äh... Ja, wo darf ich denn mein Zaubertischchen aufstellen? Dein Zaubertisch... Bis zum Einzug dauert es aber noch ein bisschen. Ja, noch gar nicht fertig. Ja, gut, dann gehe ich halt wieder. Ich habe da schon... Ich habe da schon meine Gedanken zu diesem Haus. Ja, jetzt siehst du mal, wie das ist. Jo. Stell ich mein Zaubertischchen halt hier hin, so. Genau, stellst du das in den Vorraum. Oder? Machst du es gut? Warte mal, ist Spinny ein Spiel? So, ähm, hier mal so für alle Anwesenden. Das hier ist, äh, Zaubertischchen mit Feder und, äh... Das ist kein Zaubertisch, das ist ein Research-Tagel. Ja, Zaubertisch. Warte mal auf. Nein, nicht Zaubertisch. Doch. Erforsch du nur. Ja, genau. Erforschen ist wie Magie. Der ganze Mod ist Magie. Guck mal, der dreht völlig doof, oder? Dorn, dorn, dorn. Das sind die Aspekte, die man sammeln muss. Und das sammelt halt man... Man kann Mana-Bohnen essen, man kann, äh, Auren scannen mit dem, äh, Thaumometer. Oder eben andere Blöcke auch, genau. Das wollte ich mal machen. Was habe ich denn hier? Clay habe ich noch nicht gesehen. Sägt das auch, wenn du das machst? Nein. Immer noch. Warum leuchtet das bei der Terra? Weil, äh, diese Aspekte eine größere Chance haben, oder... Nein, das sind primäre Aspekte, die füllen sich automatisch wieder auf. Alle anderen müsstest du sammeln. Nein, die füllen sich nicht wieder auf. Doch, die primären Aspekte füllen sich mit einer Zeit wieder auf. Wenn die einen Stern haben, füllen sie sich auf. Genau wie Oros. Echt jetzt? Ja. Die füllen sich nach einer Zeit wieder auf. Warum hatte ich dann immer so Wasserprobleme? Ja, weil du ständig am Zaubern warst. So schnell kommt das mit dem Generieren nicht hinterher. Ich kann machen, dass die Luft stinkt. Oh, Mann. Huch, was habe ich jetzt eingesehen? Fiolen. Nicht wundern, wenn mal was hier auf dem Boden liegt. Jetzt, da ist ja nochmal ein Stern jetzt auf einmal. Ja. Was habt ihr gemacht? Gar nichts. Also, Lox hat gemacht, dass die Luft stinkt. Purity. Das war... Okay, ja, ist klar. Ich kann hier noch gar nichts scannen. Das ist ja echt... Tja. Duft. Trial again later. Oh, fuu, ich mach das immer falsch. 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 So. Der kleine Zombie-Picker geht sich auf. Ich mach das falsch. Ich mach das falsch. Nee. Ich hab bestimmt lustig was. Warte. War es mal für mich, dass ich mach das falsch. Nee, bei mir schaut, Kopf ist nicht so gut. Warte, was ist das? Kann ich dich scannen? Nee. Kann ich dich scannen? Nee, geht auch nicht. Weigere mich. Ich will nicht gescannt werden. I'm unscannable. Äh, früher oder später werde ich dich scannen können. Nein. Nein. Ähm, ich mach's jetzt aber mal so. Ich hab mir hier, äh, eine nette Liste ausgedruckt. Ich muss mal Minecraft, äh, Stückchen minimieren. Und dann kann ich's wieder größer machen. So. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht zu sehr gesehen. Weil ich hab mir hier eine Liste aufgemacht, mit der ich mir schon mal so ein paar Aspekte, äh, er, 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 dingsen kann. So, äh, das hab ich schon, das hab ich auch schon. Motos. Motos ist du und du. Jetzt kann man die zwei, man kann, ein Aspekt besteht immer aus zwei anderen, außer es sind halt die Grundaspekte. Ich kann jetzt hier einmal air und einmal water kombinieren. Und krieg hier Motos. Motion Animation. Ach Quatsch. Krieg ich hier was Neues. Ja. Da kann ich jetzt hier die Liste mal kurz durchgehen. Äh, Saxum hab ich schon. Wacus hab ich auch schon. Live, live ist das hier und das hier. Bing. So, jetzt können wir unsere Level abladen. Ach, du hast ein Drain gemacht? Gut, okay. Wie viel passt da rein? Wie groß ist der Tank? Ich hab vier gemacht. Halt, dann mach ich das nämlich auch gleich mal. Ich stimme mich mal dazu. So. Das ist auch ein XP-Drain von Open Blocks. Mhm. Das ist echt praktisch. Und ich hatte Level 35. So, jetzt machen wir mal das Best hier. Das ist einmal air und einmal air. Ich glaube, zwei Tanks sind voll. Huch. Äh. Irgendwie leckt's grad. Ich hab nichts gemacht. Ich weiß nicht. Jetzt kann ich für mich in den Later gehen. Na, jetzt geht's wieder. Und immer, wenn ich jetzt hier mit live eins erforsche, dann geht hier von live eins weg. Also die muss man dann praktisch nachproduzieren. So, und dann mit dir. Und manchmal geht's auch nicht. Achso, weil ich den falschen Code benutzt hab. So, jetzt muss ich von live neue machen. Und live kann ich mir jetzt im Moment hier nicht anzeigen lassen. Darum muss ich noch meine Liste gucken. Wasser und Erde. Ja. Nach einer Zeit sollte man sich sowas einfach merken. Nö, ich merke mir sowas nicht. Nach einer Zeit sollte man sich sowas einfach merken. Nö, ich merke mir sowas nicht. Nach einer Zeit sollte man sich sowas einfach mal merken. Ich hab ein Déjà-vu. Ja? Ich wollte grad sagen, hat mir nicht irgendwann schon mal das Thema Déjà-vu? Hm, ich hab ein Déjà-vu. Wir hatten schon mal das Thema Déjà-vu. Da-da. Hier ist Baustelle. Na toll. Rettet das Kind, rettet das Kind. Achso, scheiße, ich bin auch ein Kind. Achso, scheiße, ich bin auch ein Kind. Und jetzt soll ich euch als Fliegenschwarm helfen, oder was? Klar, reiche uns dein... ...Lügel? Nein. Reiche uns eine Biene. Ein Flieg. Ein Flieg. Ein Flieg. Ach, nein, 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 nein. Spinn! Leck? Achso, hab ich schon. Ähm... Äh... Habt ihr auch ein Leck? Nein, du hast aber gerade... Ja, ich weiß, ich seh's. Ich hab ein Standbild. Bei mir ist grad... Ich hab mich immer hinterretten, da ist eine Spinne neben mir. Ich hab ein Standbild. Nee, die sind schon weg. Die spinnen. Ich hab ein Standbild. Also, ich kann abbauen ohne Probleme. Was sagt denn der Timer? Sollten wir mal die Folge beenden. Ja, das wird so eine kurze Folge, aber ich glaube, wir beenden mal kurz die Folge. Äh, ja. Weiß ich überhaupt noch da bin. Wir haben technische Probleme. Bleiben Sie dran. Bis dahin. Tschau. Please hold the line. Tschüss.